Das muss ich sagen, dass ich finde, das ist das schlimmste Szenario, was den Menschen so gefühlt passieren kann. Deswegen finde ich das Thema auch sehr interessant. Aber Realtalk, ich finde, das ist das Schlimmste, wenn du verurteilt wirst, obwohl du nichts kannst, obwohl du nichts gemacht hast. So, frage einen Unschuldigen. Stell dir vor, du bist jahrelang im Gefängnis, weil, obwohl du nichts gemacht hast, sagen wir es einfach so, obwohl du nichts gemacht hast. Das ist für mich, wäre das Schlimmste. Realtalk, Hyperball, auch sehr nice, Mann. Ich war Praktikant bei der Oklahoma City Police, verhaftete Drogendealer, Mörder und Vergewaltiger. Am Ende landete ich selber im Knast. Neun Monate saß ich zu Unrecht im Hochsicherheitstrakt eines US-Befängers. Ne, Nervos habe ich nicht. Weite Teile davon in Einzelhaft, weil man glaubte, dass ich ein Terrorist bin. Alter, ohne Scheiß, in Einzelhaft, weil man glaubt, dass ich ein Terrorist bin. Ich glaube sogar, ich weiß noch nicht mal Einzelhaft, das ist natürlich, das Ding immer so mega hart, aber ich glaube fast Einzelhaft. Hast du da gar keinen Kontakt zu den anderen? Weil wenn du gar keinen Kontakt zu den anderen hast, ist zwar natürlich, was die Sozialisation angeht, richtig belastend. Aber ich glaube, manchmal willst du auch gar keinen Kontakt zu den anderen haben, weil sonst wirst du dort, ja, sonst ganz gefährlich werden, sagen wir es mal so. Marissa, grüß dich. Smarsh fragt sich, wie bist du zur Oklahoma City Police gekommen? Ich war zuerst Zeitsoldat, bin nach meiner Dienstzeit Schießausbilder geworden in Deutschland. Ach, das war Einzelhaft und nicht Einzelzellen, ne? Das war Einzelhaft, ne? Ich hatte so gesehen einen kleinen Kurztrip in die USA gehabt, war dort Kopfgeldjäger. Hab dadurch Kontakte zur US-Polizei geschlossen, das war in Oklahoma City und bin dann so gesehen auf Einladung der Oklahoma City Police nach Oklahoma. Lu fragt sich, was hast du bei der US-Polizei gemacht? Ich war Praktikant. In Oklahoma City fahren die Polizisten alleine auf Streife und nicht wie andernorts zu zweit. Ich musste dann als Beifahrer im Fahrzeug mit Platz nehmen und bei einer Maßnahme bat mich dann der Officer, ihn mit abzusichern. Da saßen vier Verdächtige im Fahrzeug vor uns, es war ziemlich dunkel. Er hat mir dann so gesehen seine Pistole, seine Zweitwaffe in die Hand gedrückt und mich dann gebeten, das Ganze mit abzusichern. Das habe ich auch getan. Das Ganze hat er so sehr an Fahrt zugenommen, dass ich dann so gesehen eigentlich nicht mehr als Praktikant angesehen worden bin, sondern eigentlich mehr ein fester Bestandteil des Polizeipräsidiums war. Ich habe T-Shirts, Abzeichen, vom Polizeichef auch nochmals zusätzliche Marke bekommen, die ich auch im Dienst tragen durfte. Hab dann zuletzt an so einem sogenannten Geheimeinsatz teilgenommen. Da haben wir Mörder, Drogendealer, Vergewaltiger, alles Mögliche festgenommen, was so gesehen auf unserer Festnahmeagenda stand. Amelie fragt sich, welcher Fall ist dir besonders in Änderung geblieben? Ich bin eines Abends mit einem Polizeichef zu einem Tatort gefahren. Da hatte ein Familienvater im Drogen- und Alkoholrausch seine ganze Familie abgeschlachtet. Sprich, da hat er mit einem Küchenmesser seine Frau und seine zwei Kinder getötet, in die Kehlen durchgeschnitten. Und als wir dort eingetroffen sind, war schon auch das SEK vor Ort und hatte dann die Festnahme ausgeführt. Und er saß dann halt eben wie ein Paket auf dem Rücksitz und wurde dann zum County J gebracht. Wie kann man sowas eigentlich, also selbst wenn du mega viele Drogen nimmst, das kannst du nicht machen. Also, dass dich Drogen so krass aus dem Rennen nehmen können, um seine eigene Familie zu töten, ist halt dieses andere Hart. Leute, wirklich überkrank. Einen fragt sich, warum durftest du als Praktikant eine Marke und Schusswaffe tragen? Ich bin 21. Ich durfte eine Marke und eine Schusswaffe tragen, weil es da ganz alte Gesetze gibt, die aus der Westernzeit sind. Und man kann vor Ort von einem aktiven Officer zum Deputy an Land werden. Das ist sowas wie eine Art Reservepolizist. Kurz zuvor hatte ich zu Weihnachten vom Polizeichef, bei dem ich damals gewohnt habe, eine Polizeipistole geschenkt bekommen im Lichtlasermodul. Die durfte ich dann so gesehen während meines Dienstes und auch nur während des Dienstes mit mir führen. Nepkinskin fragt sich, wieso wurdest du verhaftet? Ich war ja offiziell Praktikant, habe aber inoffiziell an Einsätzen teilgenommen. Und als wir zurück im Polizeipräsidium waren, weil wir dort auch einige Leute vernommen haben, kam mir jemand vom FBI entgegen. Er hat mich dann gefragt, was ich denn hier so mache. Ich so, ja, ich mache ein Praktikum hier und da hat er nochmal nachgefragt. Er so, aber sie sind aufmunitioniert und sehen aus wie einer von den eigenen Leuten. Das habe ich dann bejaht und dann hat er mich nochmals gefragt, also waren sie vorhin an den Einsätzen beteiligt? Das habe ich auch nochmals bejaht. Er fragte mich, wo ich dann herkomme. Ich meinte dann Deutschland. Dann hat er mich von oben bis unten gemustert und meinte, sie sehen aber nicht aus wie ein Deutscher. Er so, ja, meine Eltern kommen aber aus dem Iran. Er so, ach, ein Iraner? Ich so, ja, das ist ja mal interessant. Und sie waren vorhin bei den Einsätzen. Das habe ich dann wieder bejaht. Und dann hat er mir auf die Schulter geklopft, hat mir eine schöne Zeit gewünscht. Und als wir dann drei Tage später mit einer Einsatzhundertschaft auf dem Skistand Amok-Training durchgeführt haben, stand das FBI vor mir und hat mich dann festgenommen. Junge, da merkst du einfach, was Amerika für ein richtig beschissenes Land ist. Ich meine, es ist nichts vorgefallen, by the way, ne? Es ist nichts vorgefallen, es ist nichts passiert, einfach nur aufgrund dessen, dass die Eltern Iraner sind. Aufgrund dessen wurde er einfach ins Gefängnis gesteckt. Ohne Grund, ohne irgendeinen Grund. Und dann, also ich finde, das ist einfach Hardcore. Das ist echt Hardcore. Das ist auch Rassismus, das Jahrtausend. Pistoff Christoph fragt sich, wann ist dir klar geworden, dass das kein schlechter Scherz ist? Bis dato dachte ich, dass es halt eben so eine Art Abschiebescherz oder Abschiedsscherz ist, weil ich drei Tage später eigentlich zurück nach Deutschland... Ich kann dich schon verstehen. Hä, das willst du mich verarschen? Wo kann man denn das verstehen? Die stellen ihn bei der Polizei ein, beziehungsweise der macht das sein Praktikum, wenn er das schon machen darf. Die wissen doch ganz genau, dass er da Iraner ist, sag ich mal. So, dann dürfen die den gar nicht erst nehmen, wenn die dann sowas machen. So, sie nehmen ihn einfach fest. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Also ich kann das null nachvollziehen, wirklich zu null Prozent. Wenn ein Unschuldiger ins Gefängnis muss, nur wegen seiner Herkunft. Als ich dann aber in dieser kleinen Kerkerzelle saß, Gefängnis Orange getragen habe und gemerkt habe, dass es hier doch kein Scherz ist, wurde mir ganz schnell klar, dass hier irgendwas anderes gerade vor sich geht. Keine Ahnung, ein Ripper, keine Ahnung. Wie hoch war die Strafe, die im Raum stand? Der Vorwurf... Bestimmt jetzt richtig hoch. Bestimmt jetzt richtig hoch, obwohl es gar keinen Sinn ergibt. Der Vorwurf war zuerst illegaler Waffenbesitz, Nutzen eines Polizeicomputers, Tragen einer Polizeiuniform, Besitz von Munition, Tragen einer Schutzweste, Besitz einer Pistole. Das waren so gesehen eigentlich Vorwände gewesen, um mich einzusperren, um zu verifizieren, ob ich nicht vielleicht doch ein Terrorist bin. Und die Strafe, die mir erst mal gedroht hat, lag zwischen 10 und 50 Jahren Haft. Und wie sich dann später herausgestellt hat, hätte mir eine lebenslange Haftstrafe bis hin zur Todesstrafe gedroht. No olive... Ey, wegen nichts, ne? Wegen nichts. Weil die Polizei ihm das erlaubt hat, zu geben. Wegen nichts. Also Amerika, finde ich, das ist wirklich ein Grund dafür, nicht nach Amerika zu gehen. Ja, Lesoko, genau. Oder du seist ein Terrorist. Wie ein Praktikant, er schafft, mit an geheimen Einsätzen teilzunehmen und vollbewaffnet mit den anderen Spezialeinheiten durch die Gegend zu marschieren. Das war für sie sehr fragwürdig. Die Ermittler dachten, dass ich ein Terrorist bin, weil mein Hintergrund, sprich mein Geburtsland im Iran liegt. Sie dachten, dass ich eventuell einen Anschlag aufs Policedepartment vorhätte. Und dadurch kam es zur Festnahme und meiner Inhaftierung. Tunentorpedo fragt sich... In welchem Gefängnis saßt du? Ich saß zuerst im Bezirksgefängnis. Das ist auch unter dem Begriff County Jail bekannt. Es gibt da drei Ebenen, sprich einmal Minimum, Medium und Maximum. Und der Bell kapott ist im Maximum-Level. Im Maximum-Level sind Mörder, Drogen, Chefs, Auftragskiller und ja, Leute, die unter Terrorismusverdacht stehen. Und so habe ich mich da oben wieder eingefunden. Die Zugehörigkeit zu den verschiedenen Levels erkennt man aufgrund der Knastbekleidung. Sprich, wenn man jetzt im Minimum-Level ist, trägt man weiß, also eine weiße Hose und ein weißes Shirt. Wenn man im Medium-Level ist, trägt man orange. Und wenn man im Maximum-Level ist, trägt man schwarze Streifen auf dem weißen Hintergrund. Und Unisono fragt sich, wie sah deine Zelle aus? Meine Zelle war drei Meter lang und 1,60 Meter breit. Also ich hatte... Ey, das zählt gar nichts. Ey, das sind ja nicht mal 5 Quadratmeter. Das sind nicht mal 5 Quadratmeter. Das sind 4,8 Quadratmeter. Das ist, äh... Du wirst wegen nichts in eine 4,8 Quadratmeter Zelle eingesperrt. In... Warte, Einzelhaft, ne? In Einzelhaft. Eine Betonpritsche gehabt. Eine kleine Gummimatte. Als Kopfkissen habe ich eine Klorolle benutzt. Es gab auch kein Fenster, wo man rausgucken konnte. Das Schlimme an allem ist, ähm... Man ist 23 Stunden am Tag inhaftiert. Isadella. 23... Du bist die ganze Zeit da drin, fast den ganzen Tag. Du wirst doch da geistig. So was von vernebelt, da geht gar nichts mehr. Man fragt sich, wie läuft am Tag im Hochsicherheitsgefängnis ab? Man wird morgens geweckt, gegen 4.30 Uhr. Da gibt's Frühstück. Meistens haben auch die Officer mein Essenstablett reingekickt oder reingeworfen, so dass mein Frühstück auf dem Boden gelandet ist. Also das roch und stank und schmeckte bestialisch, aber man hatte ja so gesehen keine Auswahl und hat das gegessen, was man da bekommen hat. Man sitzt 23 Stunden in seiner Zelle. Viel Tagesgestaltung hat man da drüben nicht, außer nur rumsitzen und sich den Kopf über alles zermatern. Malou möchte von dir wissen... Ja, vor allem das Ding ist, was machst du denn... Das frage ich mich, was machst du die ganze Zeit? Was machst du die ganze Zeit, um dich abzulenken? Also was würdet ihr machen? Ihr könnt ja nichts machen. Es gibt nichts. Ihr seid einfach da und macht nichts. Ihr liegt und macht nichts. Ihr könnt an nichts denken, weil ihr nicht wisst. Ja, also irgendwann ist da jeder Gedanke raus. Irgendwann habt ihr schon an alles gedacht. Sport. Ja, du kannst ja nicht den ganzen Tag Sport machen. Es wird nicht gehen. Du kannst nicht am Tag 18 Stunden Sport machen. Wissen, wie haben die Wärter dich behandelt? Die haben bei jeder Gelegenheit mir so gesehen das Leben zur Hölle gemacht. Also sprich, bei ihren Rundgängen an den Zellentüren haben sie gegen meine Zellentür getreten oder mir das Essen in die Zelle reingeworfen. Oder manchmal haben sie mich auch bei der Essensausgabe einfach vergessen. Das hieß, ich habe dann gar nichts zu essen bekommen. Und so bin ich in kurzer Zeit von 118 Kilo runter auf 68 Kilo runtergemarkt. 58 Kilo. Er hat 50 Kilo verloren. Ich kann mich noch an einen Officer erinnern. Den haben wir immer Weirdo genannt. Ey, Marissa, die Frage ist, wie willst du malen, wenn du keine Stifte bekommst? Ey, ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, wie er sagt, dass er rausgekommen ist. Ich hoffe, es ging relativ schnell wieder. Aber, ey, an sich kann das ja nicht schnell gewesen sein, wenn er 50 Kilo in der kurzen Zeit abgenommen hat. Also sprich, der irre, verrückte. Der Typ hat bei jeder Gelegenheit, wenn er Dienst hatte, mich terrorisiert bis zum Gehtnichtmehr. Er fand das ganz toll, sich als Hitlers Neffen irgendwie zu präsentieren. Und man hat, wenn man ihm in die Augen geguckt hat, einfach nur gemerkt, wie krank und leer und kaputt dieser Mensch ist. Es gab da aber einen Officer, mit dem habe ich mich aber auch gut verstanden. Der hat mir hin und wieder während seiner Schiff immer ein Stück Papier und ein Stift unter die Tür durchgeschoben. Die war der Mann, übel nice. So, dass ich da ein bisschen malen oder irgendwas schreiben konnte. Musste dann aber am Ende auch alles wiederum bei ihm abgeben, weil, wenn man das bei mir in der Zelle gefunden hätte, hätte es richtig Ärger gegeben. Vulkan EBF 25, möchte von dir wissen, wird man da nicht verrückt? Einige werden im Knast verrückt. Das ist ja auch letztendlich... Die Frage ist, wie zeigt sich das, wenn die verrückt werden? Also, du drehen die dann völlig durch oder wie? Die können ja nichts machen, die kommen nicht raus, die können nichts machen. Die sind komplett am Arsch. Endlich das Ziel, die Leute da körperlich sowie geistig zu brechen, damit man mit denen tun und lassen kann, was man will. Das Problem ist halt einfach, du willst doch, dass ein Effekt entsteht, dass die Leute im Gefängnis reflektieren. Dass sie reflektieren, was die für einen Fehler gemacht haben, dass sie das einziehen. Und wenn du aber die Leute brechen willst, im geistigen Sinne sozusagen, dann machst du doch genau das Gegenteil. Die Leute werden krank im Kopf, können nie wieder sozialisiert werden oder in die Gesellschaft integriert werden und werden noch schlimmere Sachen anstellen. Im Prinzip ist das komplett kontraproduktiv, was sie machen. Nur, also, das gibt für mich gar keinen Sinn. The True Lions, ich grüße dich erstmal. Zero de Conqueror, oder wie du auch immer gesprochen wirst, vielen Dank für den Follower. Multifans, danke dir auch für den Follower. Ey, ich finde das komplett... also, kompletter Irrsinn. Isaac möchte wissen, hattest du Kontakt zu anderen Heftlingen? Rechts hatte ich einen Auftragskiller von der mexikanischen Mafia gehabt. Links hatte ich einen, der hat tonnenweise Koks. Von Südamerika nach Nordamerika verschifft. Und so hat man sich dann durch die Tür oder, was man auch noch machen kann, meistens sind über den Toiletten Lüftungsschächte. Da aufs Waschbecken draufgestellt und dann durchs Lüftungsschachtsystem sich mit dem Nachbarn unterhalten. Bobby Zen möchte von dir wissen, wussten die anderen Häftlinge, dass du Teil des Polizeiapparats bist? Einige Leute kriegen halt eben auch von den Officern zugesteckt, wer sich da wo gerade befindet und wer auf wessen Level gerade untergebracht worden ist. Wie asozial aber auch, ne? Also ich finde, das sind halt auch keine Gefängniswärter oder so. Das sind einfach nur Herzlose. Keine Ahnung, für mich ist das krank. Für mich sind die Menschen, diese Wärter, die wirklich so handeln, wie die dort handeln, sind fast kranker als die Menschen, die da drin sitzen. Ich wurde mal zu einem Gerichtstermin transferiert, sprich runter in so eine Art Sammelzelle gebracht und da saßen andere Insassen, die auf ihren Termin gewartet haben. Einer starrte mich da unentwegt an und kam dann auf mich zu und meinte da so, bist du nicht dieser Officer? Und kaum konnte ich antworten, sind dann so gesehen alle acht Mann, die mit mir in der Zelle waren, auf mich losgestürmt, haben auf mich eingeschlagen, eingetreten. Überall flogen die Fäuste und Fußtritte her. Ich bin dann so gesehen auf dem Boden, ja, in so eine Art Fötostellung runtergegangen, weil man kann da nicht mehr viel machen, wenn von allen Richtungen Tritte ankommen. Und auf einmal hat man nur noch einen Alarm gehört, die Tür wurde geöffnet und dann stürmten die Correctional Officer rein und haben dann alles niedergeprügelt, was die so gesehen in die Finger reinbekommen haben. Aber das Problem ist halt auch einfach, diese Wärter oder wer auch immer dann dort reingeht, die legen es ja darauf an. Die wollen, dass die sich prügeln. Die wollen ja selber auch Action haben. Die wollen auch Leute niederknüppeln. Bei denen ist das halt einfach, also so wie ich das immer gesehen habe, aus solchen Videos und solchen Überwachungsvideos, die gibt es ja übel viele auf YouTube, so wie ich das gesehen habe, die feiern das richtig. Die finden das richtig geil, sich da mit den Leuten dort zu prügeln oder die so richtig niederzuknüppeln, weil die wissen, die sind einfach in der Machtposition. Die haben Spaß dran. Als ich später in der Bundeshaft saß, hatte ich ja Kontakt mit diesem mexikanischen Auftragskiller gehabt. Der hatte bundesweit Leute umgebracht fürs Kartell und ihn hatte ich halt eben direkt angesprochen und gesagt, ich bin wegen den und den Sachen hier, obwohl alle anderen im Bundesgefängnis mir davon abgeraten haben, zu erzählen, wer ich bin oder was ich so mache. Nur dachte ich mir in dem Moment, wenn dann rauskommen sollte, dass ich eine falsche Legende an den Tag gelegt habe, dann bin ich dran. So habe ich dann dem Auftragskiller mitgeteilt, wer ich bin und warum ich in den USA in Haft sitze. Er hat sich dann eine gewisse Zeit einen Kopf gemacht, kam dann auf mich zu und meinte der so, tu mir bitte einen Gefallen, geh bei der nächsten Freistunde zu den einzelnen Zellen hin und sag denen, warum du hier bist. Und wenn die ein Problem haben sollten, die anderen, sag denen, dann haben die das mit mir zu klären. Ich finde das selber gut, dass du ehrlich warst, weil das zeugt von Charakter und du brauchst dir keine Sorgen machen, dass hier irgendwas passiert. Hier bist du unter meinem Schutz. No love on a frigate planet, fragt sich. Was hast du am meisten vermisst? Am meisten habe ich meine... Also im Prinzip dank der Grad einen Serienmörder. Oder bei einem Auftragskiller. Es ist auch auf jeden Fall echt eine stabile Sache. Echt eine sehr stabile Sache. Familie vermisst. Meine Mutter und mein Zuhause. Also sprich meine Freunde, meine Bekannten, die tausend von Kilometern weit weg waren. Lifeline möchte von dir wissen, hast du daran geglaubt, dass du wieder frei kommst? Ich habe stark gezweifelt, dass ich wieder rauskomme, weil alles gegen mich gespielt hat. Also ich hatte das ganze System. Eine Story, die ich gerne verfilmt haben will, hätte ich auch gerne, wirklich. Ich finde das ja echt lohnenswert, weil es gibt zwar schon viele Gefängnissachen und sowas, aber es hat halt immer so diesen eigenen Charakter, wenn das jemand schon mal davor so in einem YouTube-Video gezeigt hat oder auch gesagt hat, wie das ungefähr war. Aber man kann sich halt Filmen nicht noch viel krasser vorstellen. Ich habe einen ganzen US-Bundesstaat gegen mich gehabt. Ich hatte einen kompletten Polizeiapparat gegen mich. Nur habe ich mir echt letztendlich gedacht, also mehr als umbringen können sie dich nicht. Und bleib bei der Wahrheit und kämpf dagegen. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Max fragt sich, hat der deutsche Staat dir geholfen? Das weiß ich leider nicht, weil ich hatte zwar Kontakt zum Konsulat nach Houston, Texas, ich habe hin und wieder mit denen telefoniert aus dem Officer-Büro, wo ich mal anrufen durfte, aber großartig kann ich nicht beurteilen, dass sie irgendwas für mich gemacht haben. Und zurück in Deutschland hatte ich dann die Akte beantragt, die sie da in Houston, Texas über mich angelegt hatten, die komischerweise spurlos verschwunden ist. Lukas van Berg fragt sich, wie bist du freigekommen? Es hat neun Monate gedauert, bis das Ganze vorbei war. Ich stand vor einem Bundesrichter. Die ganzen Bundesrichter werden vom US-Präsidenten ernannt. Und der hatte mich dann gefragt, was ich hier in den USA zu suchen hätte. Leute, grüne Karte raus, mal bitte alle. Ich will jetzt hier bei jedem die grüne Karte sehen. Ich habe nochmal die ganze Story erzählt und er hat mich dann angeguckt und hat mich dann gebeten, meinen Schritt zur Seite zu machen. Ich dachte, was kommt jetzt für eine Bestrafung? Und dann hat er ins Publikum geschaut, wo die ganzen anderen Agents und Officers saßen, mit denen ich zu tun hatte und hat denen einen Einlauf verpasst, der es in sich hatte. Was das solle, dass die mir ermöglicht haben, mit an den Einsätzen teilzunehmen, die mich von vorne bis hinten in Waffen und Munition und Polizeiausrüstung ausgestattet haben. Und mich am Ende dafür inhaftiert und hat dann mit sofortiger Wirkung meine Abschiebung nach Deutschland verfügt. Aber da muss ich sagen, Ehre, dass der Typ dann das direkt in die Wege geleitet hat, dass er dann abgeschoben wird. Abschiebung klingt zwar aber kacke, aber das ist ja das Beste, was passieren konnte. Und natürlich auch sehr ehrenhaft, dass der den dort zusammengeschissen hat, das Wild. Dark Dave fragt sich, hast du mir eine Entschuldigung oder Entschädigung bekommen? Ich habe eine Entschuldigung vom Richter bekommen. Der meinte, es tut ihm sehr leid, was mir widerfahren ist. Vor allem, das Ding ist halt eine Entschuldigung vom Richter. Der Richter kann ja gar nichts dafür. Der Richter kann ja gar nichts dafür bei dem, was ihm passiert ist. Der Richter entschuldigt sich. Das ist halt auch wieder dieser ganz belastende Fakten. Aber eine Entschädigung gab es dafür jetzt nicht. Mein Anwalt wollte unbedingt, dass ich da so gesehen gegen den Polizeiapparat, also sprich gegen das Policedepartment, vorgehe und die verklage. Das hätte aber für mich geheißen, ich hätte weiter in Haft bleiben müssen, weil mein Visa damals abgelaufen ist und ich dadurch kein Bleiberecht in den USA. Und das hätte vielleicht ein, zwei Jahre gedauert und wer weiß, was Gott alles im Knast dann passiert wäre. Und das war mir kein Cent der Welt oder kein Dollar oder keine Million der Welt wert gewesen, dafür drauf zu gehen in den USA. Simit030 möchte von dir wissen, wer hat in deinen Augen Fehlern gemacht? Wir alle haben Fehler gemacht. Ich hätte bei den Einsätzen Nein sagen müssen. Ich hätte bei den Geschenken Nein sagen müssen. Aber wer denkt schon dran, wenn die Polizei offiziell zu einem ankommt und ein... Du sagst nicht bei einem Geschenk Nein, nehme ich nicht an. Ich meine, wenn ihr jetzt... Ich glaube, jeder hatte von uns, fast jeder hatte von uns schon mal ein Praktikum. So, wenn du gerade deinen Praktikumsplatz machst, du hast Respekt vor jedem, weil du einfach der bist, der am wenigsten zu sagen hat, der neu in der Gruppe ist sozusagen. Und wenn die dir ein Geschenk machen, dann sagst du doch bestimmt nicht, nee, das nehme ich nicht an. Natürlich nimmst du es an. Das ist halt, finde ich, er hat gar keine Schuld. Also wirklich zu 0% hat er Schuld. So als Praktikant wirst du geleitet. Für uns sonst ist ein Praktikum nicht da. So, da gibt es einen, der leitet dich. Die haben da eine extra Ausbildung, die Leute, die die Praktikanten leiten sozusagen. Und dann müssen sie auch drauf aufpassen, was mit dem passiert und gut ist. Einem solche Geschenke macht oder einem solche Einsätze ermöglicht. Man denkt ja, das hat alles so seine Richtigkeit. Hinterfragt es nicht großartig. Aber ich sehe meinen Fehler darin, dass ich bei der einen oder anderen Sache Nein, Danke hätte sagen müssen. Das hätte mir vielleicht am Ende viel Ärger erspart und natürlich auch meine Haftzeit. Claudia möchte wissen, wie geht es dir heute? Mir geht es momentan sehr gut. Ich habe das Ganze in meinem Buch verarbeitet. Und parallel bin ich als Motivation. Ich hoffe einfach, da kommt noch ein Film raus. Das wäre echt nice. Ich bin als Trainer unterwegs und versuche, die Leute, die Zweifel in ihrem Leben haben, zu touchen, ein bisschen zu motivieren, dass man so gesehen alles schaffen kann, wo man den Willen dazu hat. Sehr cooles Ding. Sehr, sehr cooles Video, wirklich. Ich finde, Hyperball, die haben auch immer sehr, sehr spannende Sachen am Start. Die finden auch immer sehr coole Leute. Top. Also gefällt mir sehr. Ganz, 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 ganz. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.